Oh, hallo. Mein Name ist Konstantin Koch. Ihr kennt mich vielleicht aus anderen DAV-Formaten wie dem DAV-Update oder unserem Livestreams. Wie jedes Jahr läuft auch 2023 wieder unsere Weihnachtsspendenaktion. Vom 1. Dezember bis zum 15. Januar sammeln wir Geld für größte Projekte im nächsten Jahr. Welche Projekte das genau sind, hat Georg in einem Video auf unserem YouTube-Kanal erklärt. Ich stelle euch heute die Preise im Gesamtwert von über 5000 Euro vor, die ihr gewinnen könnt, wenn ihr euch an der Spendenaktion beteiligt. Von Hawaii gibt es 5 Pax 3 Vaporizer mit Hawaii-Branding. Der Pax 3 ist ein handlicher Vaporizer mit vielen smarten Funktionen. Zu jedem Pax gibt es noch ein fettes Merch-Paket. Von Verdampf nochmal gibt es 6 Produkte zu gewinnen. Darunter ein Mighty und ein Volcano von Storz und Bickel, ein Tiny Might 2 und einen Cubo-Stick, sowie einen Wasserfilter von Ehle und ein Deinerweb plus Grinder und T-Shirt. An der Verlosung nehmen automatisch alle Mitglieder teil, die sich im Aktionszeitraum neu anmelden. Sowie alle Personen, die mindestens 10 Euro spenden und bei Überweisung ihre E-Mail-Adresse oder bei Paypal das Wort Verlosung angeben. Sunlight hat uns ein hochqualitatives Lampenset für euch geschickt. Das Set besteht aus 2 Evo 3 100 Lampen und ist damit für eine Fläche von einem Quadratmeter optimiert. The Rolling Box stellt uns erneut 10 Exemplare ihrer eleganten Trägkiste für anspruchsvolle Raucher zur Verfügung, diesmal in grün lackiert. Wir wollen mit euren Spenden die Legalisierung verbraucherfreundlich durchsetzen und auf die Landtagswahlen einwirken, um auch im Bundesrat den Weg freizumachen. Den aktuellen Spenden-Counter findet ihr auf handverband.de. Vaporizer Shopping sind mit ihrer neuen Marke Norddampf erstmalig dabei und schenken euch gleich 10 mal den brandneuen Norddampf Relikt-Vaporizer. Der Online-Grow-Shop Drehhandel sponsert gleich zwei umfangreiche Home-Grow-Komplettsets inklusive Beleuchtung, Belüftung und einem Zubehör. Nicht zufällig ist das Set für drei Pflanzen ausgelegt und damit startklar für die Legalisierten. So, das war ja wirklich einiges. Danke nochmal an alle Sponsoren. Alle Infos gibt's auf handverband.de. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück. Vielen Dank für eure Unterstützung.